Der Fall Assange wird über Ihr Recht, also Ihr Recht da draußen, auf Wissen entscheiden. Darüber, ob Sie künftig noch erfahren können, was die von Ihnen in Macht gesetzten politischen Entscheidungsträger in Ihrem Namen tun. Und er wird über Ihr Wissen um das Recht entscheiden. Darüber, ob Regierungsvertreter nach Gutdünken im Geheimen ihrer Hinterzimmer agieren können, wo Rechtsbrüche ungesund bleiben, weil es zur Straftat wird, sie aufzudecken. In diesem Verfahren geht es nur an der Oberfläche um Julian Assange. Es geht um Recht, Demokratie, Gesetz und Freiheit. Es geht um Regierungskriminalität und Kriegsverbrechen. Es geht um die Unterdrückung von kritischem Journalismus, die Abschaffung der demokratischen Rechenschaftspflicht und die Zerschlagung bürgerlicher Freiheiten. Vergessen Sie nie, Ihre Freiheit ist nicht am Hindukusch verteidigt worden. In Wahrheit geht sie gerade in der Zelle eines britischen Hochsicherheitsgefängnisses zugrunde. In Wahrheit geht es nicht um Geheimdienste.